guten tag hier ist der gusor und wir sind wieder mitten dabei im clash of clans modus wir sind gerade im cw ich habe noch gar nicht angegriffen und der alex hat jetzt gerade noch mal eins zum besten gegeben ich denke mal den geben wir uns einfach mal wir haben hier richtig richtig fett loot und die base ist halt gar nichts die ist halt null jetzt gucken wir mal wie er damit hinkommt ich denke mal da brauchen nicht mal alle truppen aber das werden wir uns einfach mal anschauen hier bin ich ja mal gespannt also hier schön riesen rein und dann schnell mauerbrecher er hat welche ok bin ich ja mal gespannt sag jetzt muss halt relativ schnell die adler artillerie weg sein sonst kriegen hier die ganzen truppen ganz schön böse einen auf dem sack es klappt hier schon mal teilweise nah jetzt ist weg ja und dann dann war es das dann war es das dann ist das hier ganz gechillt klar der entfernung den darf man hier auch nicht vergessen ja der heal bringt da gar nichts in dem bereich zumal der halt sogar auf multi ist in dem fall natürlich doof für ihn weil er ja sonst nach und nach die riesen weggeballert hätte und so geht er ja auf alle riesen gleich aber das passt da sind halt genug truppen da es ist auch noch genug in der hinterhand das passt die queen ist auch noch nicht die ability gezündet worden von daher easy peasy hätte mich auch gewundert wenn da irgendwie was nicht in trockenen tüchern wäre also von daher der gegner hat auch wirklich alles falsch gemacht mauern nicht doppelt stellen ihr wisst es selber alle die ihr meine videos suchtet das war ja so ein top fail nummer eins auf jeden fall mauern nicht doppelt stellen ganz klar oder man macht es halt einfach mal dreifach klar läuft halt dann klappt das hier richtig nice und ich würde mal sagen richtig schön abgelootet Sehr sehr geil Cooles ding cooles ding auf jeden fall und jetzt gucken wir mal rein ich überlege ob ich jetzt wirklich noch zum tablet wechsel oder ob ich halt wirklich Gleich mit bluestacks angreifen aber ich denke das sollte auch passen ich gucke erst mal in die wiederholung rein bei den würde ich gerne nehmen ich kann mir zwar auch vorstellen dass ich nicht unbedingt ein three star hin bekomme aber ein two star sollte auf jeden fall drin sein So jetzt bin ich gespannt okay er geht mit was anderem rein also er hat Go war wie richtig war wie ja doch go war wie Oder wie war wie man es auch nennt aber go war wie glaube ich Viva go viva go viva Wurz glaube ich genannt so hier gefreezed Warum da Nur um den luen Ich glaube da hat er sich vertan Und ich kann mir vorstellen dass das auch das problem war Weil der ist auf multi das nicht weiter wild also den sollte die queen auch ausschalten ist kein thema Ah jetzt ja genau Aber jetzt die teslas die bringen der queen dann definitiv den tod Ja ja klar das ist halt Bäm 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 geht es halt richtig los also das sollte ich eigentlich sage ich mal vorsichtig ohne probleme Zumindest two starren das sollte ohne probleme drin sein Auch wenn ich der fünfte bin und der ist der vierte das Sollte nicht das ding sein also hier von einer seite einfach So wie erst schon so ein bisschen gemacht hat ein kompartement aufbrechen frage ist natürlich die Er hat es gar nicht so verkehrt gemacht weil ich dachte mir am anfang ich gucke noch mal ich Philosophiere noch mal so ein bisschen ich wollte zuerst hier einfach nur hier so rein die sache ist aber auch die wenn ich Pokere müsste ich doch eigentlich sogar beide kompartements aufbrechen können wenn ich den genau mittig droppe Das müsste eigentlich passen Das müsste passen weil hätte man sie beide aufgebrochen und die könnten dann in beide richtungen gehen was natürlich einem auch Sozusagen negativ ankommen kann weil die truppen dann in anführungsstrichen so ein bisschen Wie soll ich sagen nicht wissen wo sie hingehen sollen was mache ich jetzt zuerst so nach dem motto von daher ist es vielleicht doch gar nicht So verkehrt dieses ding aufzubrechen ich guck noch mal rein Ja ja das reicht locker das reicht locker wenn ich den mittig droppe dass der mir beide aufbricht Von oben würde ich am liebsten eigentlich Ich würde eigentlich gerne von hier kommen oder Er hat lufttruppen drinnen er hat lufttruppen drin ich guck mal was ich noch so am start habe Für die pure eskalation ich brauche auch nicht mehr Von earthquake es ist blödsinn wäre jetzt quatsch einfach mal zu sagen gut okay ich hau hier jetzt Acht earthquake rein weil warum es blödsinn dann lieber wirklich die rage spells noch Ich habe mich dazu entschlossen bzw. Hab jetzt bis jetzt noch nicht so hart den frost verwendet weil der halt auf level 1 Jetzt kann man natürlich sagen naja dann machen doch einfach mal höher klar logisch ich bin aber am upgraden der anderen sachen Und als nächstes würde wenn dann wie gesagt auf jeden fall der bowler kommen und dann Irgendwann vielleicht der frost also von daher nehme ich dann lieber wirklich ein spell der mich halt wirklich weiterbringt der halt schon gut Ausgereift ist und dann passt das so jetzt gucken wir mal ich denke mal fast dann werde ich Da gerne noch mal kurz Anfragen für truppen Ja elix da weiß ich gar nicht mehr was ich mit bauen soll ist halt einfach wirklich so besonders wenn ich halt eben jetzt Momentan die taktik fahre halt bowler und so weiter aber wie gesagt bringt halt auch nichts wenn ich hier irgendwie nur zwei Kasernen zwei normale kasernen habe und Da dann halt nichts ausbilden kann beziehungsweise ewigkeiten brauche wäre natürlich echt Mega gut wenn man halt wirklich ein frees dahin bekommen würde aber dafür bin ich echt noch zu Hier zack 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 die earthquakes Und dann Also mit dem bowlern passt das schon was die werden garantiert auch außen rum laufen klar Das ist garantiert der fall So und dann kommen wir erst mal Zu der wiederholung Die mich betrifft also der Trie Oder wie er sich nennt der greift mich an ist die standard stelle eigentlich Wo man die base halt aufknacken kann weil wie es hier seht perfekt halt gemacht Kann man dann halt ganz easy peasy zum townhall aber Das ist Das ist hier für ihn jetzt auch ein bisschen tricky weil der auf single ist Also ich kann mir schon vorstellen wenn er jetzt nicht hier richtig Hurtig sich bewegt dass der golem zerfetzt wird relativ schnell Ah der hält sich jetzt leider hier zu sehr lange auf weil das wäre halt jetzt mein vorteil gewesen wenn der golem gleich weiter gelaufen wäre weil da kriegt er natürlich nicht viel schaden ab So und jetzt geht es gleich bloß ja genau brutzel action auf jeden fall Da bin ich jetzt erst mal ganz daran interessiert hier ja genau erster golem geteilt Zweiter golem wird jetzt gleich geteilt jetzt kommen natürlich die valküren jetzt wird's interesting Da bin ich jetzt wirklich vollkommen Der ist auch immer noch dabei der ist immer noch komplett am start meine cb truppen sind noch nicht komplett down Jetzt sind sie weg So jetzt kommt er mit seiner queen Mein inferno lebt immer noch Hier jetzt natürlich klar ability gezündet und das war's Aber das ist natürlich richtig cool gewesen dass er halt mein inferno nicht so schnell down bekommen hat Und ich will mir das gleich gleich noch mal kurz angucken weil ich jetzt wirklich den den fokus extremst auf dem inferno hatte Aber das würde mich jetzt halt einfach noch mal interessieren wie er halt insgesamt so vorgegangen ist Also ich würde auch sagen er hat halt meinen mein cb truppen halt zu wenig angetan So hier draußen halt so ein bisschen gekleert klar das standardmäßige finde ich aber auch zu weitläufig also er hat hier schon Gekleert irgendwo in dem bereich wo er aber erst mal hätte rein rennen müssen Er hat auch finde ich die valküren Bisschen spät gesetzt würde ich sagen weil jetzt ist alles beschäftigt Und jetzt kommen die valküren erst denke ich würde ich jetzt sagen So weil kühlen natürlich gegen meine cb truppen natürlich klar vollkommen banane So townhall wurde schon gut angehettet von den valküren auf jeden fall Und dann kommt halt Gulen ist ja vollkommen banane aber der lenkt natürlich dann meinen inferno ab Da ist natürlich mein problem und jetzt townhall fällt Und Dann hat er mich in die knie gezwungen aber Ja so doll war seine vorstellung halt nicht Da hätte definitiv mehr gehen können Aber ist ja gut spricht ja für die base also wie gesagt grundsätzlich bin ich mit der base auch zufrieden also Klar jede base hat irgendwo schwachstellen aber das ist okay das ist jetzt nicht hier irgendwie so Tx würde ich dazu sagen sehr gut dann kriege ich bowler vom alex das ist nice Und dann passt das Guck mal ob ich schon was drin haben Guck mal ob ich schon was drin haben Ansonsten gucken wir mal weiter dann machen wir halt einfach wirklich so ein cw video Da draus ich denke mal da habt ihr auch nichts gegen lichter hat angegriffen Und würde ich gerne mal gucken 80 prozent immerhin aber ist natürlich auch townhall 11 auf townhall 10 Aber trotzdem wie viel 80 prozent waren es glaube ich Ich würde da bin ich wirklich sowas von ehrlich ich würde da gar keine sonne sehen gar keine sonne No fucking sun Und Und da würde ich hier gleich in rage rein knallen Also so mache ich es zumindest die sind in dem bereich kommen gleich zack rage aber Ich würde mal sagen Dann auch was dabei haben was eventuell lufttruppen kaputt macht klar Also ich muss dann immer im hinterkopf behalten ich brauche dann auch weil ich werde ja auch dann gegen jemanden kämpfen der halt lufttruppen in cb hat ich muss halt wirklich gucken dass ich die queen so setze dass die mir nicht die dass die cb truppen mir nicht meine meine truppen kaputt rasieren auf jeden fall Die bowler kämpfen hier noch viel zu lange das ist mist Das ist richtig mist jetzt verliert hier die queen richtig an zeit und natürlich auch an leben Genau ability gezündet ging nicht anders ging in dem fall einfach meiner meinung nach gar nicht anders Und jetzt hoffen was das zeug hält aber hier ist natürlich auch mies dass die heiler die ganze zeit in den warden heilen Und nicht die queen weil sonst wäre es noch ein richtig schöner queen walk geworden hätte man haben können Aber nein es wurde nur der warden geheilt das ist jetzt kein thema der wird dadurch halten der wird das denke ich durchhalten aber die zeit Rentern weg weil so viel schaden macht er nicht ja seht ihr ja Und so wie ich halt dachte Der macht 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 aber Das war dann auch die zeit rennt dann weg Klares ding auf jeden fall schade wäre da die queen ich meine es wäre auch noch ganz schön hart gewesen mit der queen aber die hätte natürlich noch mehr rasiert hätte klappen können So jetzt gucken wir mal wie es ausschaut nein ich habe noch nichts drin dann sehen wir das Im nächsten video würde ich sagen haut mal rein ich wünsche euch was tschau tschau tschau